Auch diese Woche läuft die Sicherheitsoffensive der Bundesregierung auf Hochtouren weiter. Sicherheit für unsere Österreicherinnen und Österreicher, das haben wir versprochen. Und das setzen wir auch um. Bis 2022 werden daher im Bereich des Innenressorts über 4000 zusätzliche Exekutivplanstellen geschaffen. Rund die Hälfte davon werden Ausbildungsplanstellen sein. Denn um die Kriminalität noch wirksamer bekämpfen zu können, brauchen wir stärkere Polizeipräsenz auf den Straßen. Verbrechen müssen bereits im Vorfeld verhindert werden. Und wenn das nicht geht, müssen sie rasch aufgeklärt werden. Dazu braucht unsere Polizei aber auch die nötigen Mittel und vor allem das nötige Personal. Dafür sorgen wir. Gleichzeitig setzen wir unseren Kampf gegen den Asylmissbrauch fort, indem die Liste sicherer Drittstaaten erweitert wird, und zwar um die Ukraine, Armenien und Benin. Das hat den Vorteil, dass die Asylverfahren einfacher und damit auch schneller durchgeführt werden können. Aber wenn dadurch die Anzahl der Asylanträge auch geringer wird, ist es natürlich unerlässlich, die Außengrenzen der Europäischen Union effizient zu schützen, um die illegale Einwanderung weiter zurückzudringen. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Denn uns geht es um Österreich und seine Menschen. Dafür sind wir gewählt worden und dafür arbeiten wir unermüdlich.